Was ist der Anbieter für Aluminium-Gusslegierungen? Retting ist ein führender Anbieter für Aluminium-Gusslegierungen, die in fast allen Fahrzeugen vorzufinden sind. In unseren Werken in Süddeutschland und Tschechien produzieren wir rund 220.000 Tonnen Aluminium-Jahr und liefern diese je nach Kundenwunsch in fester und flüssiger Form aus. Knapp 200 Mitarbeiter von uns tragen die Gießereikleitung von CWS Workwear. Im Vorfeld haben wir acht Mitbewerber getestet und Übergießversuche mit flüssigem Aluminium durchgeführt. Die Arbeitskleidung von CWS Workwear war die einzige, die die Übergießversuche bestanden hat. Ich bin hier seit 18 Jahren bei der Firma Oettinger tätig. Ich wurde auserwählt, hier die CWS Workwear Kleidung zu testen und auch über Brandversuche auszusuchen von acht verschiedenen Arbeitskleidungen. Und wir haben uns durchgesetzt, die CWS Workwear Kleidung zu benutzen. Wir haben hier einen hohen Verschleiß, deswegen müssen Qualität und Service für uns passen. Genau das ist bei CWS der Fall. Zum Service gehören unter anderem das Waschen und die sichere Instandhaltung der Kleidung. Unsere Mitarbeiter fühlen sich in der Arbeitskleidung sicher und auch sehr wohl und tragen sie gerne.